Ey Leute, was geht? Ich freue mich auf einen ganz anderen Video! Leute, ich habe gesehen, im Supermarkt gibt es richtig krasse Angebote, deswegen will ich heute unbedingt gehen! Und ich habe gesehen, Ente ist online, deswegen kann ich hier direkt auch fragen gehen! Aber Leute, ich habe gesehen, da gibt es Gold, Äpfel und so weiter, richtig günstig, Ente! Was geht, Alter? Was geht, Alter? Wie geht's, die Kuppe? Mir geht's gut, und mir? Ente, willst du mitkommen zum Supermarkt? Die haben die besten Angebote der ganzen Welt, wirklich! Oh, ne, Mann, ich habe mir alles gesorgt, ich habe genug Daten! Mann, schau, Alter, ich habe keine Zeit, ich bin beschäftigt! Wie, du hast keine Zeit, Ente, komm mit, komm doch! Ne, Mann, ich habe keinen Bock! Was hast du denn zu tun, ey, du sagst, du hast keine Zeit, was machst du denn? Guck mal, der Fernseher ist aus, die Nintendo Switch auch, du liegst! Hey, ich will schlafen, Mann! Hä? Ach, dann lass ich dich, dann gehe ich halt alleine in den Supermarkt, tschüss, Ente! Ciao, viel Spaß! Ach, Leute, dann gehe ich halt alleine rein, kein Problem, ente ist jetzt mal sich da zu Hause, keine Ahnung, was er da macht! So, aber Leute, ich bin jetzt endlich da, wo ist das neue Superangebot? Ich will es mir direkt holen gehen! So, warte, was hier? Hier sind schon die Goldöffel, die kann ich schon mal mitnehmen, glaube ich! Ich meine, die haben alle Mengenrabatt, deswegen nehme ich einfach direkt alle mit! So, hier sind auch noch ein paar Stücken, mitnehmen! Und die waren, glaube ich, auch irgendwo vielleicht Diamanten oder so! Ach, hier ein Diamantschwert! Nee, warte mal, Leute, was ist das hier? Guck mal, das sieht doch aus wie ein Crafty-Rezept, oder nicht? Hä, seht ihr das? Hier sind so, hä, Chickenschwerter und hier sind zwei Chicken und da ist Enteskopf, hä? Und was ist das hier für ein komischer Blog, Leute? Ich verstehe das nicht, was geht hier ab? Soll ich das hier auch kaufen, oder was? Hier ist das ein Crafty-Rezept, was denkt ihr, Leute? Ach, warte, Leute, dann muss ich mir das so merken, genau das Rezept! Ich würde sagen, ich kaufe das! Aber ich sortiere das sofort auch richtig in mein Inventar! So, hier die zwei Chicken! So, wir dürfen das Crafty-Rezept nicht vergessen, Leute! Ganz wichtig, das muss hier unten in die Ecke! Die zwei Schwerter hier! So, Leute! Und der Rest hat, glaube ich, einfach hier eine Entekopf! Und da oben, diese zwei Hühnchen, hä, was geht hier ab? Aber okay, Leute, das ist jetzt das Crafty-Rezept, oder was? Aber ich frage mich, wie toll will das alles sein? Ich glaube, ich lasse die Goldöpfel wieder hier, Leute, weil ich glaube, sonst wird es hier alles zu teuer! Obwohl, ich bringe nur das Große weg, weil das kann teuer werden! Das Kleine kann ich ja noch mitnehmen! So, und noch das Crafty-Rezept! So, Leute, ich habe jetzt auch meine DS hier abgehoben und jetzt kann ich bezahlen gehen! Oh nein, Leute, ich muss einfach mit allen Stacks bezahlen, die ich habe drei Stück, aber ist okay, Leute! Ich glaube, das wird sich lohnen! Bitte, warum nicht ich hiermit abgezockt habe, aber was kann ich jetzt craften, Leute? Ich brauche schnell Holz! Also, wenn das funktionieren würde, Leute, das wäre richtig krass! Ich mache jetzt sofort eine Crafting-Table und dann gucke ich mal, ob das gleich funktionieren wird! So, hier ist die Crafting-Table, Leute, let's go! Jetzt muss ich das genauso wie hier reinlegen, mache ich so! Hier die zwei Chicken-Schwerter, jetzt Endes-Kopf nach oben! Hier Chicken 1 und jetzt noch Chicken 2! Hä? Hä? Leute, was ist denn hier passiert? Guck mal, der sieht einfach aus wie Ente, oder? Hä, Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass das wirklich funktioniert! Habe ich gerade Ente gecraftet? Ähm, hallo Ente, kann der auch reden? Hallo, ich bin Entron! Hä? Du musst Ente besiegen, damit Shop sich updaten! Hä, Leute, was redet ihr? Hat er das gehört? Ich muss Ente besiegen, hat er gerade gesagt, damit sich sein Shop upgradet? Hat er einen Shop oder was? Hä, wovon redet er denn? Er hat gerade gesagt Shop oder nicht? Warte, verkauft er wirklich Items? Ja, guck mal, Leute! Ich brauche 16 Diamanten für den Flammenwerfer! Und er hat gesagt, wenn ich Ente besiege, also den richtigen, wo ist der da hinten? Da sehe ich seinen Namen, Leute! Dann upgradet sich sein Shop oder was? Oha, Leute, das wird ja komplett krank! Da muss ich erstmal Diamanten schnell abheben gehen! Ich brauche die unbedingt! So, Leute, ich glaube, wir stellen zur Bank, let's go! Oh, typisch! Ich habe Automat hier meine ganzen Diamanten ab, Leute! Ich muss die alle holen! So, her damit! Das sollte, glaube ich, erstmal reichen! Dankeschön, Automat! Zwei, sechs und zwei Stück! Ähm, ich glaube, ich habe gerade mein ganzes Konto leer gemacht! Aber, Leute, das soll sich, glaube ich, gleich lohnen! So, der Ente rum und da steht da immer noch! Aber wie krass ist das? Er verkauft mir einfach Items, womit ich den richtigen Ente besiegen kann! Weil ich glaube, er will Entes, äh, Rolli hier übernehmen auf dem Server! Und da werde ich ihm jetzt helfen! Kein Problem! So, Dankeschön! Also, wird es heute mehrere Wege geben, um Ente zu besiegen? Oder was macht denn da hinten ist er, Leute? Wie komme ich jetzt zu dem am besten? Wolli, ihr habt gehört, Leute! Ich muss den besiegen, kann ich hier einfach rüberspringen? Ja, Leute, das geht's! So, hat er hier Kameras? Ich glaube nicht, Leute! Und ich glaube, mein Angriff wird er so oder so nicht erwarten! Er macht dann, glaube ich, gerade irgendwas am Handy oder so im Wohnzimmer! Deswegen, Leute, jetzt ganz vorsichtig! Ich versuche, mich hier anzuschleichen! Und die Zube... Oh, den darf ich nicht sehen, Leute! Hat er mich schon gesehen? Ich weiß es nicht! Ich bleibe lieber die ganze Zeit am Sneak, Leute! Ich muss es schaffen, ihn einmal zu besiegen! Kommt schon! Da da vorne, der macht doch irgendwas! Wirklich! Oh-oh! Versuche immer vorsichtig, nicht vorbeizugehen, Leute! So, zack! Hier noch hinter seiner Pflanze! Das darf ich nicht sehen! Und, Leute, drei, zwei, eins! Und, Ente, komm her, Mann! Ich werde dich besiegen, Kumpel! Was geht? Ja, Leute, ich habe es geschafft! Schau dich das an! Oh, Leute, aber wir werden gleich wieder respawnen! Ich muss schnell wieder zu diesem Entron gehen! So, wie komme ich hier raus? Der müsste jetzt, glaube ich, einen neuen Shop haben! So, wo steht er da vorne? Ey, Entron, wie geht's dir? Ja, geht es gut! Jetzt besser Upgrade vorgenommen! Hä, Leute, habt ihr das gehört? Er hat jetzt gesagt, er hat einen Upgrade oder was, Leute? Dann gucke ich mir jetzt den Shop an! Ich bin gespannt! Entron, Stufe 2, starten! Leute, schau euch das an! Was hat er denn jetzt hier im Shop? Einfach eine Enders-Hool-Hand! Und die kaufe ich auch sofort, würde ich sagen! Meine Diamanten gehen langsam leer, Leute! Aber das sollte reichen! Ich muss Ente, glaube ich, jetzt nochmal besiegen gehen! Hier mit der Enders-Hool-Hand! Und er ist auch wieder gespawnt, Leute! Nice! Aber ich hoffe, er hat sich auch keine krassen Items geholt oder so! Vielleicht denkt ihr, ich habe den nur einmal getrollt! Aber das wird doch nicht aufhören, Leute! Ich komme jetzt ein zweites Mal und werde ihn nochmal besiegen! Let's go! Da vorne ist der Ender! Was geht, Kumpel? Hey, was solltet ihr das? Alter, wie geht es dir? Ich muss dich leider besiegen! Es tut mir leid! Und? Endlich kriegt dich! Ja, Mann! Ich habe ihn wiederbekommen! Das heißt, Leute, so schnell raus hier erstmal! Und sofort wieder Let's go zu Entron! Da vorne steht der! Das heißt, ihr müsst jetzt wieder einen Upgrade haben, Leute! Das war bestimmt richtig krass! Leute, schaut euch jetzt in den Shop, aber es geht hier ab! Das ist doch immer krasser! Oh, oh, Leute! Was ist das für eine krasse Waffe? Ich glaube, das ist so eine giftige Bio-Waffe oder so! Oh, oh! Jetzt muss ich als nächstes damit Ente besiegen oder was? Aber das werde ich locker schaffen! Der ist ja voll schwach im Ballkopf! Habt ihr eben gesehen? Der hatte nicht mal Items oder so, womit er sich wehren kann! Deswegen, Leute, wird das komplett einfach so! Wo ist der da vorne? Hä? Oh, der hat uns hierher was geholt! Oh, Alter! Was hab ich dir getan, Mann? Hörte, was geht, Kumpel? Ich muss dich leider besiegen! Komm her, Mann! Ich hab dir gar nichts gemacht! Ich komm gar nicht raus, ey! Ich verschwinde! Ich komm zu dir, Ente! Komm her! So, komm her, Ente! Ich mach dich fertig auch! Du hast aber Diabrüstung! Nein! Habe ich die Chance, Leute? Ich muss es probieren, Leute! Ich muss ihn besiegen! Zack! Komm her, Mann! Ich treff dich mal! Ente, hauf! Ich bin vergiftet! Nein, lass uns meine Waffe so schlecht ist! Nein, Leute, Leute! Nein, nein, nein! Schnell hoch hier! Wo bin ich? Vergift, vergift, weg hier! Leute, ich glaube, ich bin gar nicht so krass mit der Waffe! Dieser Entron macht mir echt viele Challenges hier! Aber ich muss es schaffen, Ente, zu besiegen! Irgendwie! Oh, der kommt trotzdem durch zu mir, Leute! Das ist gar nicht gut! Nein! Oh, ich muss ihn aufhalten! Der kommt immer näher, Leute! Und hier aufladen! Let's go! Zack! Komm her! Oh, schnell hoch hier wieder! Hey, ich seh nix mehr! Hey, ich seh nix mehr! Nice! Wo bist du? Ich muss schnell nachladen einmal! Und dann hole ich mir den, aber... So, jetzt muss ich ihn komplett voll aufladen! Und, Alter, komm her! Komm her! Zack! 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 Hier noch mit der Waffe und mit der! Leute, ich kombiniere einfach alle zusammen, weil ich glaube, ich muss ihn einfach nur besiegen! Zack! Zack! Oh, und Happy! Nice, Mann! Oh, Leute, da ist, glaube ich, jetzt eine komplette Deerrüstung drin! Oh, nein, oh, nein! So, ich laufe jetzt direkt wieder zu Entron! Mal gucken, vielleicht hat er jetzt noch einen krasseren Job, Leute! Es wird immer heftiger! Oh, oh! Und er hat schon wieder was Neues in den Job! Was ist das denn? Aber, ey, meine Deers gehen schon leer! Nein! Leute, ich hoffe, das ist die letzte Runde! Sonst wird es gleich viel zu schwer für mich! Warte, wie geht das nochmal? Ich glaube, ich kann ja diese Sonnenenergie kriegen, oder? Und dann kann ich hier so einen Laserstrein machen! Schau euch das an, Leute! Oha, damit muss ich Ente besiegen gehen! Ich hoffe, ich werde es schaffen! So, der ist wieder zu Hause, Leute! So, mal gucken! Nein! Diesmal hat er Regenbogenrüstung! Nein, Leute! Oh, oh! Hey, Ente, wie geht's, Kumpel? Einfach verschwinden! Ente, ich will nur mit dir reden, Ente, wirklich! Ich hab nichts vor, oder so! Ich will mit dir reden! Komm, Ente! Ich muss dich besiegen! Ich mach dich platt, Mann! Deine Regenbogenrüstung bringt dir gar nichts! Komm schon, Leute! Nein! Ich komm nicht durch! Oh, ich glaub, ich mach nicht so viel Schein, Leute! Es wird gefährlich! Nein! Ich glaub, es geht schief! Komm schon! Ich muss es schaffen, irgendwie! Bitte, und jetzt auch das hier! Zack, 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 zack! Und... Nein, Mann! Hopp! Oh, oh, Leute! Aber ich glaub, das geht langsam zu weit, oder? Oh, oh! Ich würd sagen, ich geh schnell wieder zu Ente, Leute! Ich kann das nicht mal lange machen! Ah, was mach ich hier? Das war aus Versehen! Bitte, Leute, das kann nicht so lange weitergehen! Bitte, ich will ihn nicht nochmal besiegen! Gnade hier! Hä? Leute, seht ihr das? Der geht mir für einen Diamant, einen ganzen Steckdiamant, oder was? Guck mal, wie viel ich hier nehmen kann! Nein! Hey, Leute, kann ich jetzt nicht unendlich viel nehmen, weil das hört doch gar nicht auf, oder? Und ich glaub, ich hab's geschafft! Ich glaub, ich hab's jetzt komplett durchgespielt! Schaut euch das an! Ich kann mir so viele nehmen, wie ich will! Danke, Entron! Du bist der Beste, was? Und jetzt muss ich noch Ente was davon abgeben! Weil der muss hier, glaub ich, am meisten leiden! So, wo ist er, Leute? Ich muss jetzt schnell seine Dia-Spring, sonst rastet er noch komplett aus! Es büttert er sich zu starke Rüstung an und so, ähm... Ente, ich hab' ein Geschenk für dich! Alfa, ich hab' nichts mehr! Geh' weg, Mann! Nein, ich hab' was für dich, also du musst nichts für mich haben! Hier, bitteschön! Guck mal! 4, 6 Diamanten! Was? Du träumst mich safe, Mann! Nein! Willst du irgendwas machen? Du kannst ihn behalten, alles gut! Labe, halt so! Ja, aber guck mal, wer da hinten war! Folg mir mal! Ich hab' dich die ganze Zeit besiegt, weil Entron nicht besiegen wollte! Guck mal! Was? Das sieht ja aus wie ich, Mann! Hey! Ja, ich hab' den gecraftet und der hat gesagt, ich soll dich besiegen! Und dafür hat er mir jetzt Dias gegeben! Ey, lass dir so, das ist nett, Mann! Hau! Wird mir so viele Dias geschenkt, hau' ab, Mann! Das ist der neue Ente! So, Leute, lasst einen Like da! Lasst mal da schon bei Entron vorbei! Und dann würde ich sagen, Tschüss! Ciao!